Orahim findet den Schatz. Das neueste Video hier. Wie finde ich große Schätze? Oh, jetzt hat er was gefunden. Das was wird. Schreien ja die Kinder, du Wahnsinn. Was hast du, den Besen gefunden jetzt, oder? Scheiße. Oh Mann. War das das günstigste jetzt eigentlich? 25 Euro hat das Ding für einen Tag. Da müssen wir halt dann danach noch Schätze suchen und damit wir das Geld wieder reinkriegen. Also ich glaube, das reicht jetzt. Bis das was findet, das dauert. Nee, passiert nicht.